Werfen haben Sie schon die Hose? Lagen mich einfach rein. Und dann noch auf den letzten Rücken. Selbst wenn ich runtergehen wollte. Was sagt dazu mein Terminkalender? 4 Uhr. Schwellen im Selbstmitleid. 4 Uhr 30. Stachen im Ding abkürtet. 5 Uhr. Den Hunger in der Welt beenden und es nicht weitersagen. 5 Uhr 30. Jazz-Jogging. 6 Uhr 30. Dinner mit mir. Das kann ich nicht schon wieder absagen. 7 Uhr. Einen Irrenkampf mit meinem Selbsthass. Ich bin ausgebucht. Wenn ich den Selbsthass auf 9 verschiebe, komme ich noch rechtzeitig ins Bett, um an die Decke zu stahlen und langsam beheimlich zu werden. Aber, aber was ziehe ich an? Das ist dein Kleid, das ist dein Kilt. Ich bin ausgebucht. Ich bin ausgebucht. Dämlich. Hässlich. Guten Morgen, Herr. Das ist lächerlich. Wenn ich nicht was Schönes zum Anziehen finde, dann gehe ich da nicht hin. Das war's, ich bin ausgebucht. 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 Vielen Dank.